Musik 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 Ah Was Wer hat äh Was ist denn Aurelia? Ach, das ist der Tank. Äh, der Heiler. So, mal gucken, ob wir Stufe 40 noch erreichen, wenn wir die ganzen Quests abgeben. Ach, da ist Pussylin. So, hallo an die Herren Wichtel. Wir kennen uns ja. Hä, wieso reflektiert der Typ? Komisch, komisch. Komm, alles mitnehmen. Hä, wieso ist das beschäftigt? Nochmal looten. Jetzt. Hier haben wir Kochkunst. Brauchen wir nicht. Dass das immer so extrem in die Knie geht, das ist schlimm. Naja. Wir werden es jetzt noch überleben, in die 5-10 Minuten. Weil, wir gehen hier jetzt eigentlich schon Richtung Endbots. 2 Stück müsste es glaube ich noch sein. Wenn ich mich da noch recht entsinne. Ne, einer. Die Wucherburke unten ist ja kein Boss in dem Sinne. Ja, kann sein, dass ich mich gerade so ein ganz klein bisschen verschnupft anhöre, aber... Es stimmt. Ich bin so einfach. So, wie schaut's denn aus? Es brennt immer noch freudig vor sich hin. So, dann... Ja, mit meinem neuen Projekt, was ich mal angesprochen habe, da warte ich immer noch auf Antwort. Da werde ich heute glaube ich mal so eine kleine Erinnerungs-E-Mail schreiben. So, von wegen... Hallo, ich hatte da mal... Was ist denn damit? Kann ich jetzt oder... Wie guckt's aus? Dann muss ich natürlich, äh... Jetzt noch... Sehr, sehr gut vorproduzieren und schon mal hochladen. Weil ich weiß nämlich nicht, wie das ist ab Oktober... Mit... A, dem Hochladen. Also das kann ich dann definitiv nur, wenn ich zuhause bin. Und B, ähm... Wie ich allgemein ins Internet komme. Bleibt alles mal abzuwarten. Aber nicht verzagen, irgendwie... Kriegen wir das schon hin. Wenn ich dann halt, äh... An dem Wochenende... Sau viele Folgen auf einmal reinstellen muss. Ist zwar nicht so angedacht, aber... Es ist besser wie nicht. So, da wird einer verfolgt. Guck mal hier... So, Momentchen. Muss ich mal ganz fix die Nase putzen. So... Mit freier Nase atmet sich's dann doch dezent leichter. So, jetzt eiern wir hier noch durch. Für diejenigen, die die Orientierung verloren haben... Wir sind ungefähr... Da oben gestartet. Weil das ist das, was man von... Oben sieht, wenn man runter guckt. Also halt hier die... Baumgrenze. Lala... So, lass mal gucken. Wir könnten auf... Knapp 40% könnten wir kommen. Mit allem drum und dran. Wenn wir das erreicht haben... Und die Quests abgeben... Naja, es wird knapp. So... Hallo, Mr. Borke, Sir. Abmarsch. Ich nehme natürlich wieder den für die Verwüstung, der den meisten Schaden anbekommt. Verdammte Axt. Es brennt nicht mehr, oder? Wird doch ganz leicht im Hintergrund, aber... Das soll jetzt mal nicht stören. So, Momentchen. Bei mir ist gerade irgendwas... Ah, okay. Es gibt ein... Update für Tidy Blades, sehe ich gerade. So... So... Haha. Kann man denn sonst noch was erzählen? Lass mich mal überlegen. Ach ja, genau. Wie man gesehen hat, Reit- und Haustiere sind dann auch komplett accountweit zusammengefasst. Ich bin gespannt, wann es nur noch eine riesige Bank gibt für alle Chars. Sowas gibt es bestimmt auch noch irgendwann. So wie bei Diablo. Ja, und dann... Gestern war natürlich das übliche Chaos. So, von wegen... Äh... Wer weiß, was ich skillen muss. Ich habe keine Ahnung von meinem Charakter. Kann mir mal einer sagen, welche Knöpfe das man jetzt braucht. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Haha. Dann... Genau, ich war mal kurz in Drachenseele, weil ich mir gedacht habe, jetzt kann man ja mal so ein bisschen... Äh... Second Equip kaufen für zum Beispiel den Druiden, wenn er dann statt als Heiler wieder als Eule durch die Gegend flitzen soll. Oder als Katze. Äh... Ein bisschen Equipfarm. Aber, da hat mich total gewundert, es gibt im Drachenseele jetzt keinen Loot mehr. Ja... Also, jetzt in dem Sinne von... The Club Loot. Ich habe da Stink... Stink normal einfach nur in einem Beutel, wo man es bekommt. Und in dem Beutel waren drin 25 Gold. Habe ich mir auch gedacht, vielen Dank. Also in zwei Stunden dann hier, äh... 200... Gold machen. Zu übernauen. Ähm... Da wenn ich außen zwei Stunden lang Mobs kill, habe ich mehr davon. Und weniger Stress mit den ganzen... Idioten, die da zum Teil rumhüpfen. So, brauchen wir nicht. Was ist das hier? Das ist Platte. Das brauchen wir auch nicht. Was ist denn jetzt los? Hat schon wieder ein neues Update gegeben? Nee. Okay. So, und hier vorne befindet sich der Endboss. Unser Kollege... Was als... Der Wildformer. Okay. Na komm. So. Wir haben mal getroffen. Wie toll. Oh, wir haben mal getroffen. Wie toll. 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 Ja, das sind jetzt zwei Dillys im Eimer. Tja, das ist ganz einfach. Agro Reset nennt man sowas. So, wir haben unseren Splitter eingefangen. Hier haben wir fix noch gelootet. Das ist egal. Drei Intelligenten, da machen wir mal Bedarf dafür. Hier gieren wir mal dafür. So, wir haben keinen Bolte... Achso, genau, wir sind ja spezifisch. So, wir haben natürlich... Doch, wir haben ihn bekommen. So, dafür geht das Band von Uldaman. So, einmal schnell aus dem Dungeon teleportieren und wieder in den Dungeon teleportieren. So, wir haben jetzt 46%. Alle Quests abgeben. Jetzt haben wir 57. Also zwei Quests, 10%. So, dafür bekommen wir... Ach, das ist ja nicht gerade... Schaut wenigstens toll aus. Auch nicht sonderlich. Naja. So, jetzt müssen wir hier noch... Äh... Wo ist die Tool? Tool, Tool? Hier. So. Lackt mich fürs Level ab. Mein Gott. Wir verlassen die Gruppe. Zurück nach Unterstadt. So, hier ist gleich so ein Repair-Fuzzi. Was ist? Dann verkaufen wir gleich mal... Alles, was geht. So, davon brauchen wir ja nichts mehr. Ah, Mann. Also bevor ich das jetzt mache, äh... Geduld. Stell ich erstmal fix die Add-ons aus, was ich nicht brauche. Äh... Duh, 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 duh. Bartender brauchen wir beispielsweise nicht. Informant machen wir halt mal aus. Playerscore machen wir mal aus. Postal lassen wir mal. Äh... Stubby machen wir mal aus. SCT lassen wir mal drin. Äh... Wim lassen wir mal. Tip-Tag. Obwohl, Tip-Tag... Au, egal. So lange bis es wieder funktioniert.